Das Dom Aquaree ist ein sehr gutes Beispiel für die Attraktivität Berlins. Es ist beliebte Anlaufstelle für Touristen, aber auch für viele Unternehmen, die repräsentative Geschäftsmöglichkeiten hier im Dom Aquaree suchen. Und mit dem Dom Aquaree hat die Union Investment Real Estate einen nachhaltigen Meilenstein hier in Berlins historischer Mitte gelegt. Berlin ist eine starke Stadt. Berlin hat viel Potenzial. Und Berlin zieht wirklich viele junge, dynamische, gut ausgebildete Menschen aus der ganzen Welt an. Und das ist wirklich eine Kraft. Welchen Schritt tun wir für unser Unternehmen, um Wachstum für unser Unternehmen sicherzustellen, um einen Kurs, den wir angefangen haben vor zwei Jahren zu gehen, nachhaltiges Wachstum für unser Unternehmen zu sichern. Und da sind wir zu der eindeutigen und sehr eindeutigen Antwort gekommen, Berlin ist der richtige Platz, an den wir gehören. Wenn ich ein Startup entwickle und wenn ich versuche sozusagen ein neues Produkt in die Welt zu setzen, dann tue ich das selten für meinen eigenen Markt, in dem ich jetzt in Berlin gerade bin, sondern für die Welt und versuche natürlich Konzepte zu entwickeln, die ich skalieren kann, hoffentlich in Europa, wenn nicht sogar global. Und da hilft es unheimlich, wenn man in einer Stadt ist, die ein internationales Mindset hat. Und ich finde, das hat Berlin zu wirklich. Berlin musste lernen, dass es aus eigener Kraft mit ganz kleinen Wurzeln eine eigene Wirtschaft entwickeln muss. Dass man nicht einfach dies lozieren kann, sondern dass man im Grunde genommen die Grundlage hat, eine sehr, glaube ich sogar, gesunde Wirtschaft aufzubauen, die eben aus primär vielen Kleinunternehmen langsam, langsam wächst. Wir haben neue Wirtschaftsstrukturen aufgebaut am Standort. Wenn wir heute nach Berlin holen, dann haben die unterschiedliche Gründe. Das ist die Forschungslandschaft, das ist die Nähe zur Politik. Aber der kleinste gemeinsame Nenner sind wirklich die Talente, die der Standort bietet. Die Unternehmen sagen uns, wir kommen nach Berlin, weil wir wissen, die Leute haben heute Lust, hierher zu kommen und die haben Lust, aus Deutschland hierher zu kommen, aber die haben auch Lust, international nach Berlin zu kommen. Why Berlin? Warum Berlin? Wir haben noch viele Gründe gefunden, warum man hier unbedingt sein muss. Berlin ist eine wachsende Stadt und Olympia passt zu wachsenden Städten. Berlin ist eine Stadt, die sehr stark auf Innovation setzt, auf Technologie. Berlin ist mittlerweile als interessante Stadt, lebendige Stadt, internationale Stadt mit multikulturellen Aspekten sehr, sehr gut aufgenommen in Deutschland. Ich glaube, Berlin hat so viel Raum, der noch zu entwickeln ist. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir noch ein bisschen zu klein denken. Wir haben so viel Risikoaversion in unserer Kultur, dass wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit größeren Klötzen um uns schmeißen müssen, damit wir auch dahin kommen, wo viele denken, dass wir jetzt schon sind. Also, ich glaube, wir haben dann auch ein bisschen mehr mit größeren Klötzen, wenn man die Kölner in der 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 Kölner, Untertitelung des ZDF, 2020